Hallo zusammen, es ist ziemlich früh am Dienstagmorgen am 22. November. Hier geht es um den NASDAQ, den haben es auch schon ein paar Tage nicht mehr gemacht. Im Zusammenhang, ich habe ja morgen Abend das Webinar mit Falk und Arne Elstner, das ist so um 18 Uhr. Ich werde also den Film, den ich sonst immer so um 18.30 Uhr reinstelle für den DAX, das werde ich erst später machen können, wenn nicht gar am Donnerstagmorgen, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie lange das dann dauert, ich stelle nochmal den Link bei YouTube unten rein. Also das ist wie gesagt der NASDAQ, das sind so ein paar Sachen, die finde ich eigentlich ganz okay. Zum einen, das ist der Monatschart, wir haben hier diesen langen Aufwärtstrend von 2012, da liegen wir ziemlich genau bei 10.000 und verbinden uns da mit dem unteren Band, liegen ein bisschen über 10.000. Jetzt kann ich aber noch eins machen, wenn ich mal von hier, vom letzten Berührungspunkt von diesem Trend, das anziehe, dann sind wir auch hier durch das 61er Retracement bei 10.569. Also das ist jetzt hier so eine Unterstützungszone. Das Low bisher war im Oktober und das war bei 10.446, wenn das hier so stimmt. Aber davon gehe ich aus. Also das ist jetzt hier so eine Unterstützungstone zwischen 10.100 und 10.400. Aktueller Kurs per gestern Abend war 11.561. Da fällt mir aber noch was auf bei dem Monat und zwar drehen wir hier unten über den Oszillator auf tiefstem Niveau nach oben. Das ist gut und das MACD wird auch besser. Wäre das ein 10-Minuten-Chart, ein Stunden-Chart, ein Tages-Chart, würde ich den hier kaufen. Aber es ist halt ein Monatschart, das kann länger dauern, das muss man einfach so sehen. Aber der Monatschart deutet für mich an, wir haben hier oder wir bauen hier an einer Bodenbildung. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Die Scheine, die ich aussuchen werde, sind ein bisschen bequemer. Die liegen unter diesem Low, werdet ihr gleich sehen. Also der Monatschart gefällt mir eigentlich ganz gut. Gehen wir mal auf die Woche. Das ist jetzt die Woche hier. Hier haben wir, ich mache es mal ein bisschen größer, die 200-Wochen-Linie. Ich nehme die zur Kenntnis. Hier sieht man so eine Art kleinen Doppelboden im Bereich von 10.500. 10.570. Auch hier auf Wochensicht leicht gebessert. Weiter positiv an die 20-Wochen-Linie herangelaufen. Bei 11.962. Es ist okay. Ja, also das sieht für mich, man sieht hier sehr, sehr schön den Trend. Also wie du dann immer neue Lows machst, tiefere Highs, wieder neues Low. Das hier ist der eigentliche Punkt. Dieser Punkt hier entspricht dem DAX bei 13.947, als wir da drüber gesprungen sind. Und der ist halt im Moment bei 13.741. Da liegt auch das obere Band. Also so gesehen haben wir jetzt erstmal eine Korrektur gehabt auf diese Geschichte hier. Und sind bis zur 20-Wochen-Linie herangelaufen. Technik ist okay. Zumindest also dahingehend okay, dass sie nicht mehr nennenswert weiter runtergehen sollte. Beziehungsweise sieh der Markt. Hier sind wir jetzt im Tageschart. Eine Kerz, ein Tag. Dreht leicht über das MECD runter. Dreht leicht runter über die Stochastik. Ich muss davon ausgehen, dann zur Frage der Geschwindigkeit, dass wir uns nochmal hier mit der 20-Tage-Linie bei 11.367 auseinandersetzen. Jetzt haben wir am Donnerstag Thanksgiving. Meistens nehmen dann die Amerikaner am Freitag auch frei. Ich habe diese freien Tage schon erlebt, dass das heftigst nach oben ging, aber auch umsatzlos war oder auch heftigst nach unten ging. Das kann man echt nicht sagen. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, wenn das eine schnelle Bewegung wird hier auf die 20-Tage-Linie, dann werden sie wahrscheinlich auch brechen. Dann müssen wir uns hier nochmal mit dem Gap beschäftigen. Wenn es jetzt 2-3 Tage, also sagen wir mal Dienstag, Mittwoch, hier so leicht runter meandert, kann er die 20-Tage-Linie sehr gut als Sprungbrett benutzen. Also ich finde, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Für mich ist das hier unten eine Art Bodenbildung. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir wirklich nochmal unter die 11.000 gehen. Ich habe mir folgende Scheine ausgesucht, die bei mir auf die Watchdisk kommen. Den Call mit der Basis 10.418, da sind wir hier drunter, der muss aber geschlossen werden bei 10.450. Hat im Moment einen sehr gemütlichen Hebel von 10. Weil nochmal, auf Monatssicht sieht der echt gut aus. Ich glaube, wer einen längeren View hat, kann jetzt anfangen zu kaufen. Ich würde mich nicht auf Einzelwerte verlassen. Da gibt es momentan so kleine Verrecker, wie zum Beispiel Tesla. Also unter 170, das ist nicht schön. Ich habe da als nächstes Unterstützung 155. Amazon, ob die jetzt hier von dieser Black Week da irgendwie nennen, es wird profitieren, weiß ich nicht. Facebook macht es jetzt so, dass jetzt schmeißen sie Leute raus. Das ist schade für die Leute, aber Moral ist da falsch am Platz. Die Aktionäre finden das ganz toll. Deswegen sind die jetzt auch mal wieder gestiegen von, ich glaube, was war es, tief 90 auf 110. Ich denke, hier findet ein Umdenken statt, dass wir wirklich irgendwo hier den Boden gefunden haben. Vor diesem Hintergrund kann man also auch längerfristige Positionen aufbauen. Aber ich täte mich momentan schwer, mich da irgendwie in Einzelwerten zu tummeln. Ich gehe da auch eher in den Index selbst rein, in der Annahme, dass wir doch relativ bald mehr auf die 12.581 gehen. Dieser 10er Hebelschein hat die Kennnummer GK4A2X. Als Put habe ich eingenommen. Der liegt über diesem Zwischenhoch hier. Und zwar über 12.800 oder bei 12.800 des Zwischenhochs bei, jetzt muss man genau schauen, 12.735. Das ist die GX9C9E. Ich spekuliere nicht mehr nach unten im Sinne von Short gehen und gucken, dass sie unten irgendwo reinkriegt. Ich warte jetzt eher ab, was macht er an der 20-Tage-Linie, was macht er am Freitag und dann möchte ich tendenziell hier eher was einsammeln. Aber ich finde ihn grundsätzlich so, dass er genug verloren hat und dass er jetzt mal wieder ein bisschen nach oben atmen kann. So möchte ich das mal formulieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.